Oh, das war einfach Peter Stein oder keine Ahnung. Es lag ein ziemlich großes Fremdkörperteil. Hier hörst du es, ne? Beim Rausbeschleunigen mit zu viel Lenkwindel hörst du es auch immer jedes Mal. Man muss halt ein bisschen sauberer fahren. Ja. 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 Der Grip hat man jetzt hier in der 3 von rechts. Ja, das hast du richtig gemerkt haben. Da hat er komplett gesagt, nein, nein. Nein, so nicht. Ja, das ist richtig gemerkt. Ja, das ist richtig gemerkt. Ja, das ist richtig gemerkt. Jetzt habe ich genau das Schleppgas gefunden, was ich braute, damit es nicht regelt. Ja, das haben wir gemerkt. Das ging eigentlich ganz gut. Das war normalerweise keine Chance da. Ja, ne? Jetzt auf einmal alle brav in einer Reihe fahren können. Geil, oder? Ja, ja. Geil, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oder der hat ja auch nur der eine Posten da die gelben Klang geschwenkt, weil er eine falsche Information hat. Untertitelung des ZDF für 2021